Ob ich jetzt hier ein Video mache oder nicht, ob ich auch immer, meines Wissens nach, eine Entscheidung und mal schauen. Aber bitte nicht böse sein, wenn nichts kommt. Und wenn was kommt, dann soll es mir auch recht sein und wünsche euch somit auch noch viel Spaß. Vielen Dank.